So, das bedeutet dann wohl, dass ich so verfahren werde. Was gleichzeitig bedeutet, dass ich einen Weg nicht mitnehme, aber das ist mir gleich. So, Rainer darf sich hier rumkommenden und Pille läuft in eine Falle rein, ausgezeichnet und blutet direkt. Ausgezeichnet läuft er ganz, ganz vorzüglich. Diese Tunnel predate even the earliest settlers. Ah, Schwein! Lass das sein. Okay, Bleed Resist, Ranged. Minus 20 Bleed Resist. Oh! Okay, Plunge. Da geht es nach vorne hin. Das bringt eigentlich so überhaupt gar nichts. Deswegen... Tschüss! Debuff. Ausgezeichnet. Au! So, come hither! Das ist eigentlich völliger Quatsch gewesen. Weil mit Pille kann ich nur die ersten beiden angreifen mit dem Markt-Target-Ding. Egal! Stimmt! Nein! 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 Alles gut. Stimmt! Ja, so geht es natürlich auch. Ich mag den Dolch. Stimmt! Hancock darf da bleiben. Also darf hier bleiben. Bitte positiv. Tough! Nice. Glaube ich. Oder? Sehe ich das irgendwo? Nein! 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 Achso. Tough. Ah, plus... Oh! Nice. Nehme ich. Ohne mit der Wimper zu zucken. Das sind Säcke. Die nehme ich. Und da ist nichts drin. Das ist schade und Aladin läuft in der Fall rein. Mann ey. Und Spinnen. Wie langweilig. Siehst du das? Das ist ein Digger. Und das äh... Hook and Slice. Flashbang! Ausgezeichnet. Und ihr kriegt... Mh... Ein bisschen Artillery! Und ihr kriegt... Silence Accusation! Nichts könnt ihr... Bis auf Vergiften. Aber... Ah ja. Okay. Nevermind. Dolch! So. Rekonstruiere ihn mal. Ohne ihn verbluten zu lassen. Dankeschön. Und... Steuererklärung. Dankeschön. Ausgezeichnet. Weiter geht's. Säcke. Leer. Viecher. Überrascht. Let's Plays nur noch mit... Beziehungsweise Streams nur noch mit einzelnen Wörtern. So. Äh... Lunch? Nö. So. Rekonstruieren wir mal wieder Pille. Tja. Okay. Jetzt blutet... Ja. Okay. Das ist dann das Negative an der ganzen Geschichte. Ah. So. Dankeschön. Rekonstruieren. Und... Steigerklärung. Nice. Das ist doch mal wieder ein Run hier, der relativ guter weich läuft. Die letzten drei Rollen werde ich jetzt niedergemetzelt ohnegleichen. Was ist das für einer? Das war ein Drummer. Ich glaube der ist nicht gesund für mich. Äh... Deswegen... Kriegt der auf jeden Fall einen auf die Fresse hier. Am ehesten kriegt der auf die Fresse. So gut es geht. Und zwar... Am besten direkt vor... Vorne. Ah. So. Damit wir auch direkt gleich... Dankeschön. Na das ist sehr schön. Na das ist sehr schön. Hör auf zu manchen. Nein. Danke. Okay. Die ganzen Resist Dinger finde ich schon ziemlich gut, muss ich zugeben. Äh... So. Wie viel... Blight Resist hat er? Ich probier's trotzdem mal. Nice. Ui. Das macht sogar gar nicht so wenig Schaden. Do what? Do what? Fuck you! Du... Würdest du vielleicht mal sterben? Du bist so halb tot? Warum ist Pille nie dran? Finde ich in Ordnung. Geh mal weg. Ist das jetzt... Völlige Verschwendung von... Angriffskraft gewesen? Weil der sowieso total tot war. Aber... So. Äh... Selbstes Akquisition. Danke. Weg damit. Und... Der ist auch weg. Ist das nur für Dörfer. Und jetzt kriegt... Äh... Schuh. Weg. Ausgezeichnet. So, müssen wir mal wieder ein bisschen unheimlich spannend machen. Wer öffnet als nächstes die Truhe? Wer darf diesmal die Truhe öffnen? Wird es Rainer sein? Wird es Pille sein? Aladin oder Hancock. Einer von den wundervollen vier Personen darf diese wundervolle blinkende Truhe öffnen. Und den Loot, der die das Loot entgegennehmen. Und sich dann weiter hier durch die Gegend prügeln. In der Zwischenzeit... Wieder Licht. Rainer darf die Truhe öffnen. Alles klar. Und es ist nichts Tödliches. Ausgezeichnet. Dann geht's weiter. Da ist gleich Kampf angesagt. Fantastisch. So, Rainer darf auch hier ran. Und es auch gibt... Es auch gibt hier, genau. Es gibt auch hier... Unglaublich! Fantastisch! Großartig! So... Stopp! Ausgezeichnet. Ähm... So, Collect Bounty... Nein. Ich möchte gerne, dass du nach vorne kommst. Lass es halt bleiben. Das ist auch schön. So, Freund der... Sonne... Spüre deine eigene Medizin. Au! 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 Steuererklärung! Äh... Spüre erneut deine Medizin, Frau. Das hast du davon. Nicht noch mehr Blutung. Danke. Au! Das erste war gar nicht Blutung. Crit. Debuff und Blythe. Sehr schön. So, du bist weg. Au! Da hat er sich direkt gerecht. Na gut. Dann machen wir es doch so. Frechen wir uns zurück. Aber ich glaube, wir müssen gleich ein bisschen drauf achten, dass wir uns heilen. Sonst wird das nicht so lange dauern hier. Zumindest haben wir nicht so viel Stressschaden. Das sieht dann auch einigermaßen gut aus. Da ist so ein Rest... Kampf. Zumindest also ein letzter... Kampf vor Ende. Ah, hör auf zu heulen. Oh, Pille hat was zu tun. Ausgezeichnet. Hast du gut gemacht, Pille. Ich bin stolz auf dich. Nee, es geht weiter. Denn da ist aber zu holen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Hunger haben wir auch. Oh, da hat sich das endlich mal gelohnt, müssen wir es an Essen mitzunehmen. Yay. Ah, super. Blutung, hey. So. Bevor wir da jetzt reingehen, kriegt erstmal hier... Kollege Turnschuh, ein bisschen mehr was zu essen. Full, na gut. Kriegt. Mehr was zu essen. Und Madame... Kriegt auch noch mehr zu essen. Und dann kriegt... Ja, nix mehr zu essen, weil er ist voll. Dann kriegst du noch so was. Und du. So. Warum verschwenden, wenn wir sowieso mitgebracht haben? So. Jetzt wird erstmal gekotzt. Wunderbar. Jetzt gibt es wieder Stressschaden. Aber... Das ist mir ganz egal. Du kriegst jetzt erstmal Gift. Natürlich. Dabei hast du 13. Ne. Sorry. Aber nein. Nicht in Ordnung. Jetzt ist er hier noch zu machen. Weil vermutlich hier... Der Dicke... Ach, ne. Dann hole ich ihn nach vorne. Ne Moment. Dann hole ich ihn nach vorne. Oder halt auch nicht. Au. hausse ich stumme ihn spawn sehr schön und du kriegst äh poison nicht ok ok so das heißt wir heilen dich jetzt noch ein bisschen so du blutest zumindest ich noch mehr und du kommst jetzt nach vorne bitte danke so der dürfte jetzt einen nehmen wir treffen wir werden sehen jetzt kommt wieder ganze schaden so du wirst jetzt erstmal gemarkt damit sich gleich pille um dich kümmern kann nachdem er hier gestorben ist du jetzt auch gleichzeitig ein bisschen vergiftet weil du ein der typ mit den meisten hp dingern bist so und du kommst jetzt nach vorne danke du kannst hoffentlich da hinten nicht so viel doch kannst du aber meint steuererklärung so und du kriegst noch mal ein bisschen bleib und du kriegst du bist noch markiert wie lange noch steht das irgendwo steht da nicht in ordnung ich gehe davon aus dass es einfach mal erst so bleibt deswegen gibt es jetzt damit auf die fresse und du 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 ah ne wir marken des target nicht er kommt ein bisschen weiter nach vorne und kommt noch mehr nach vorne Und macht viel zu viel Schaden. Das hätte man sich auch denken können. Äh, so. Lunch. Nö. Ach ne, das können wir gar nicht. Okay, dann ebenso. Hatte sich das alles schon wieder gar nicht gelohnt hier. Äh, so. Ich heile jetzt erstmal hier rein. Oder lass ihn bluten, doch nicht. Okay. Tschüss. Ausgezeichnet. Ich bin begeistert. Das hat besser geklappt, als ich mir gedacht habe. Äh, so. Vorbei! Wir leben alle noch. Das war aber auch nur ein kurzer Ausflug, von daher. Diesmal unter 3000. Hm. Na gut. Lass ich so gelten. Keine Deeds gefunden. Äh. Nur Crests und Busts. Vielen Dank. Vielen Dank, Katze. Ich bedanke mich. So. Rainer ist jetzt... Hat nichts... Nichts. Nichts dazu gewonnen. Pille ist... Egomane. Und Slugger... ...ne Milischaden. Ah, Aladin ist zerbrechlich. Ja, komm. Und... Hancock... ...is... Äh? Dagnomania. Obsessed with killing. Okay. Und Ruins Explorer. Okay. Alles klar. So sei es dann. In Zeit... ...you will know the tragic extent of my failings. So, Grinsekatze brought more out of the night... ...debauchery than memories only. You quirk... Oh, Katze. Im Ernst? Kannst du nicht mal vernünftig dich in ein Bordell benehmen? Beziehungsweise den Menschen raussuchen, die... ...keine Geschlechtskrankheiten haben? Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Muss ich dich jetzt ernsthaft noch in... ...ins Sanitarium stecken? Wohl die sich Syphilis. Das gibt's doch nicht. Nein! Sollte es auch sein. Das sollte es auch sein. So, jetzt gucke ich mal. Wen haben wir jetzt noch... ...frisch dazu? Ein Aberlist. Den nehmen wir doch. Oder sie. Oder was auch immer. Denn auch hier darfst du wieder... ...nen Namen dir aussuchen. Für ihn oder sie. Sieht mehr aus wie eine Frau. Ja, es ist eine Frau. Also... ...hau raus. Vielleicht ist er, dass... ...die Dame... ...nei, die andere war ja auch eine Dame. Stimmt. Hancock war ja auch eine Dame. Never mind. Ja. Es kann ja auch sein, dass er nett und vertrauenswürdig ist. Nur... ...nur... ...haha... ...auch nette und vertrauenswürdige Menschen können Geschlechtskrankheiten haben. Muss man halt mal gucken. Vorher. Naja. Ist ja... ...ist ja auch egal. Was soll der Geist? Ich bring dich gleich ins Sanitarium. Und dann bin ich denn da unter wo. Helena. Alles klar. Helena von Troja. So. Ah, wo bist denn du jetzt? Ach da. Gar kein Stress. Aber was du willst. Ja. Sehr gut. Ja. Minus 10 Damage und minus 10 Max HP. Das ist schon ziemlich einschneidend. Nee. Also wenn du hier eine Plague Grenade schmeißt, solltest du auch schon treffen. Minus 5 Accuracy ist da halt schon ziemlich beschissen. Nee. Nee, nee, nee. Du musst definitiv zum Arzt. So, äh, Treatment Ward. Äh, nee. Metal Ward. Butter. Silberman hat 5 Fris. Dankeschön. So, das ist ja Quatsch. Sonst, sonst ist ja Quatsch. Geht ja nicht anders. So, der nächste Run, äh, beziehungsweise ich weiß nicht, soll ich Michael Jackson vorher nochmal, eigentlich nicht, ne? Nee, komm. Michael braucht das nicht. So, ich bin, äh, beziehungsweise ich. Okay. ��